Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Destiny. Wir machen jetzt hier die letzte offene Mars-Mission, bevor es hier zu den Strikes-Level einmal geht. Ja, die Mission wurde auch nicht gemacht, aber auch immer. Die Kryptarchen scheinen sehr in diesem Mars-Gebiet interessiert zu sein. Hör zu! Hör dir jetzt! Die Kryptarchen wollen seit Jahren das Sperrgebiet durchqueren, um die Überreste der Begrabenen stattfinden. Freistadt soll technologische Wunder hervorgebracht haben. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Kabale die Stadt zerstören. Sorry, dass ich hier immer wieder reinrede. Kein gutes Timing mehr. Die Kabale hätten die ganze Stadt einebnen können. Aber da sie das nicht getan haben, müssen sie etwas Wertvolles entdeckt haben. Wir sollten sie verfolgen. Sehen, was sie wollen. Juhu! Suche nach Kabal-Übertragungen. Ich habe hier was. In Gebäude 5. Oh! 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 Wir kriegen Ärger. Oh. So, dann haben wir ihn wieder aufbeinhalten, wenn wir ihn dann nicht mehr in den Zeilen haben. Gut gemacht. Passt. Gehen wir weiter. Oh. So nice. Goldstuhl. Boah. Wow. Alter, was machen die Bessessern an da? Denk mir schon, Alter. Wer schießt da auf mich, Alter? Servus. Oh, geht's hier weg. Oh. Bei ihrer Basis hier gibt es eine aktive Übertragung. Ich höre mal rein. Oh, nah. noch einmal rein geist die kabale hatten wohl einen aufklärungs trupp auf dem anderen wolkenkratzer und etwas interessantes müssen sie gefunden haben sehen wir uns das mal an get the melody party up oh So. Das ist der Wolkenkratzer. Okay. Gut, sammeln wir mal ein. Beterlegt haben wir uns ja schließlich auch an der Schlacht. Oh. Oder auch nicht. Vielleicht gehen wir doch lieber rein. Gut, ich dachte bei Wolkenkratzer geht's aufwärts. An Janet doch nicht so. Clovis Ray. Ein Zentrum für wissenschaftlichen Fortschritt. Hinterplanetarverteidigung, KI-Entwicklung, Forschung über den Reisenden. Das könnte eine Goldmine sein. Nichts. Irgendwo muss man ja mal anfangen. Gut, gut. Gut. Oh, wie bist du? Oh, wie bist du? Gut. Oh. Na gut, viel Pötzen. Oh, there was... So, jetzt machen wir einen auf Bruce Willis auf Stirb langsam und alle unsere Freunden ganz hoch. Da bin ich. Da ist noch ein kleiner Scherz da. Da ist noch ein kleiner Scherz da. Empfange seltsame Aktivitäten keine Kabale los weiter los weiter. Oh. 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 Damit er auch wieder einen Wumms macht. Oh, shit. So leo. Da kommen sie jetzt raus. Da kommen sie raus. Ahhhhhhh Ohhhh Das sind viele oh shit oh 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 Oh. Oh. So. Das war's. Was ist mit dir? Ja. Was ist mit dir? Ja. So. Na dann analisieren wir mal. Weiter. Zurückspunnen. Diese KI war früher mit dem Kriegsgeist des Mars verbunden. Ne gut. Schauen wir mal, ob wir irgendwo was zu tun haben im Turm oder so. Vielleicht aufgrund des Marsgeistes. Wenn nicht, dann wird diese Folge natürlich prompt beendet. Beim Turm tut sich nichts, beim Riff wissen wir, dass sich da was tut, aber beim Mars nicht. So, da sind jetzt die Strikes offen noch, wie ihr hier seht, aber das machen wir im nächstes Mal. Ich bin ein Fun-Gamer, macht das gut, bis dann und ciao.